Ach du Scheiße Okay Okay Ah ich glaube das wird ein bisschen schwieriger hier Er hat keine Druide Ja Oh Schild kaputt Das ist schon mal sehr gut Pass auf dass du dir deinen Felch anfackelst Hallo Angreifen Steht einfach nur rum und guckt zu So war das eigentlich nicht gemeint mit Du bist ein wichtiger Jedi Das war schon Ein bisschen was tun dafür Und das war schon das Level Up So Okay das war einigermaßen okay Attribute Dann nehmen wir nochmal Geschwindlichkeit Oh die Musik ist ja unglaublich laut Okay Weisheit Natürlich Wir müssen sehr weise sein Ähm Ich glaube wir machen jetzt ein bisschen mal auf Computer Und dann machen wir Ja komm ist okay Machen wir so Und dann machen wir Rettungswürfung und Attribute Okay Okay Mh Das ist wieder natürlich schwer Ja Betäuben Mit diesem Fall kann dann Jedi sein Klingeln Warte Drittungswürfung Okay Okay Das ist auch geil irgendwie Aber Druiden Das will ich nicht Dass es dunkele macht Das ist sowieso nicht Also Lesenschritt werfen Könnte auch cool sein Ah ne Komm wir machen jetzt mal hier wieder Ja Ja Machen wir jetzt irgendwas Was Irgendwas maximieren Gift Immun Das ist auch nicht schlecht eigentlich Machen wir das so So Level 16 sind wir jetzt Ich glaube bis Level 20 geht Ja Alle Sind auch bis Level 14 Naja Okay Macht Meister Tapferkeit Toter Soldat Sorry Okay Spinnt Ist da draußen jemand Fischchen 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 Kommt ihr um mich auch zu fressen Ihr könnt mich aber nicht holen Kleine Fischchen Nicht hier drinnen Ich bin sicher hinter meinen Mauern Untersuchen Ihr seid doch wie die anderen Narren Ihr seid Futter für die Selkath Wandelndes Fischfutter Mampf 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 Wenn ihr schnell rennen könnt Hört ihr ja vielleicht als Fischfut durch Als die Selkath verrückt wurden Und begonnen haben Allos den Weg zu räumen Habe ich mich hier eingesperrt Ich bin hier sicher Nichts kann mir hier drinnen wehtun Kein Fischfutter für mich Nein 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 Das haben die anderen auch gesagt Söldner wie ihr Aber sie sind tot Die Selkath haben sie gefressen Mittagshäppchen Nur die im südlichen Teil der Station Können doch am Leben sein Da wo das Kulto ist Wenige Fischchen sind dort Aber viele viele Fische im Wasser anzwischen. Nein, 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 nein. Nur noch ein Flugzeug. Ich weiß es nicht. Fragt sie doch. Als der Dämon kreischte, erschütterte er jeden Verstand in der Station. Wir fielen zu Boden, überlebten aber. Die fischigen Fischchen wurden dadurch nur hungrig. Hm. Tschüss, tschüss. Sucht nur nach Fischleuten. Sie fressen und weißen und weißen und fressen. Fischfutter, ja, das seid ihr. Okay, der will nicht. Wer lasst sich denn das? Dann nicht. Okay. Kein Problem. Verstanden. Oh. Das hat ja sogar mal funktioniert. Kein Problem. Verstanden. Okay. Okay. Zuck. Zuck. Zack. Zuck. 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 und zack ist ja einfach nochmal memo schallgenerator mit auch bekommen wir gucken das normalen tanfeln ist nee Kann ich jetzt gar nicht tragen? Ja, dann sowieso nicht. Geh in Ordnung. Egal. Kommen wir auch so durch, denk ich. Okay. Druiden. Na. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Ja, ist doch gut. Die Jugend, ey. Mann, Mann, Mann. Nicht mal spinnt die Steuerung ein wenig. Oh, naja. Macht das Spiel ja nicht schlechter. Ja. Wow. Verbessertes Medi-Kit. Hm, da geh ich jetzt mal noch nicht durch, glaub ich. Hm, da geh ich jetzt mal noch nicht durch, glaub ich. Ja. 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 Das geht ja gar nicht. Ja. Ja. Gib't ja gar nicht. Zack, vernichtet. Okay, klappt das überhaupt? Okay, sind noch mehr Selkav. Zack. Stirb, werde ich das gesockt, Sir. Energieprojektor. Okay. Vielleicht wird hier noch mehr Raumanzüge. Das wäre natürlich nice. Ich muss mir tatsächlich alleine reingehen. Oh, hallo. Ach, das ist ja noch einer. Stirb. Eine Drucktür. Okay. 200 Quedits. Nochmal. Okay. Mach ich mal. Muss ich wahrscheinlich aneinander durch die Drucktür. Patschen wir uns nochmal ein Medikit, bevor wir da reingehen. Speichern nochmal. Zack. Und... Na, gehen wir mal gucken. Oh Gott. Okay. Scheint gerne... Aha, okay. Damit kann ich die... Kollegen ein wenig... Oh, ein Überlebender. Oh, ein Überlebender. Wer ist da? Ihr seid zumindest kein Selkav. Seid ihr ein weiterer Rettungstrupp? Ich bin ein Söldner, der von der Republik vor etlichen Tagen angeheuert wurde, um zu untersuchen, was hier vor sich geht. Doch hier trafen wir nur auf völlig übergeschnappte Selkav, die alles fressen, was sich bewegt. All meine Gefährten sind tot. Die Selkav sind über uns ausgeschwärmt. Es waren Dutzende. Und irgendwas an ihnen hat nicht gestimmt. So als ob sich etwas tief drinnen in ihnen geändert hätte. Sie waren verrückt oder so. Ich wäre schon längst zurück an die Oberfläche, wenn die Anlage nicht von all den verrückten Selkav überrannt worden wäre. Ich habe keine Chance, zum U-Boot-Hangar zu gelangen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, zum Hangar zu kommen und den Rest der Basis abzuriegeln. Ich muss nur noch den Koltosammler finden, den sie am Rand des Wreckertriffs gebaut haben. Das Ding hat ein Notfallüberbrückungssystem, mit dem man die Tore zum U-Boot-Hangar öffnen kann. Ich könnte von außen hineinkommen. Ich dachte, meine einzige Chance würde darin bestehen, einen Schutzanzug anzuziehen, zum Meeresboden hinabzugehen und mir selbst den Sammler vorzuknöpfen. Außerdem ist es vermutlich am Meeresboden sicherer als hier drinnen, mit all den verrückten Selkav, die nur noch nach einem schmackhaften Nachtisch suchen. Ich bleibe keine weitere Minute mehr in der Anlage. Nicht mit all diesen psychotischen Fischmenschen überall. Ich breche jetzt zum Meeresboden auf. Der Weg führt zu einer weiteren Gruppe von Gebäuden. Um zum Koltosammler zu gelangen, müssen wir durch diese Gebäude. Wir sollten wohl besser zusammenbleiben. Aber ich werde auf keinen Fall hier warten mit den ganzen Selkav in der Gegend. Wenn ihr mir später folgen wollt, geht den Gang hinunter und dann durch die Türen rechts. Ich warte am Meeresboden, wo es sicher ist. Hm. Okay. Oh Gott, das ist aber die hewig, bis ich mich hier bewegt habe. Na hier, ich auch hier lang. Kein Bock, hier alles da zu durchsuchen. Das ist ja echt targett worden, bis ich mich irgendwie hier fortbewegt habe. Los, Beeilung. Steht nicht herum. Wir müssen weiter. Das Wasser ist voller. Ah ja. Ich sehe schon, das Wasser ist voller. Ich habe nur zwei Stück davon. Ich bewege mich jetzt auch nicht so super schnell. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Okay. Hat der gesagt, ich muss rechts, oder was? Ich muss, glaube ich, hier lang. Firaxianer. Und tschüss. Das ist ja gruselig, ey. Guck mal. Stimmt, du. Takt viel. Wollen wir hier auf den Sack? Ich habe immer noch zwei. Okay. Wir brauchen die doch, es ist doch nicht so schnell. Schon mal ganz gut. Wollen wir ja noch wissen. Oh Gott, ich glaube, ich kann da rein. Zugeschmeiß, der Typ. Hä? 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 Was zur Hölle? Was war das? Wir sind hier ganz alleine unterwegs. Hä? Was für eine Gruppe? Hä? Haben wir jetzt nicht verstanden. So. Okay. Naja. La la la, ich bin superschnell La la la, ich bin superschnell Kommt man jetzt auf mich zu oder was? Oder warum bin ich auf einmal gestorben?